In diesem Video geht es um die besten GPS-Tracker. Der Qualitätssieger in unserem GPS-Tracker-Test geht an den TKMAS GPS-Tracker. Mit dem eingebauten Akku mit 5000 mAh kann der Tracker im Standby-Modus bis zu 90 Tage lang verwendet werden. Der Akkuladestand kann jederzeit in der App angezeigt werden. Für die Nutzung des GPS-Locators ohne Abonnement wird keine zusätzliche Gebühr erhoben. Der GPS-Sender verfügt über einen starken Magneten auf der Rückseite. Er ist sehr robust und wasserdicht. Als Diebstahlschutz für Autos, Oldtimer, Wohnwagen, Boote, Bagger, Container und vieles mehr. Es ist daher ideal geeignet. Der GPS-Tracker sendet Ihnen bei verschiedenen Gelegenheiten einen Alarm an Ihr Telefon oder in die App. Zum Beispiel ein Vibrationsalarm, ein Alarm bei schwacher Batterie, ein Schockalarm und ein Geschwindigkeitsalarm und so weiter. Alle Alarme können einfach mit der kostenlosen App oder SMS-Nachrichtenbefehlen eingestellt werden. Zu den Vorteilen des Trackers gehören ein präziser Live-Standort sowie eine Verlaufsroute von bis zu drei Monaten und die Option, einen Geo-Zaun zu definieren, damit Sie eine Benachrichtigung erhalten, wenn das Objekt den Bereich verlässt. Sie können sogar mehrere der Geräte in der App gleichzeitig über ein Konto steuern. Der GPS-Tracker TK905 ist ein komplettes Set. Sie müssen nur eine 2G-Netzwerk-SIM-Karte in den Locator installieren, dann die APN-Informationen konfigurieren und das Gerät auf der kostenlosen App-PC-Plattform verfolgen. Wenn Sie während des Setups Probleme haben, kontaktieren Sie den Hersteller jederzeit. Den besten Preis findest du direkt unten in der Videobeschreibung. Die Alternative ist der Mini-GPS-Tracker. Echtzeit-Tracking, zeigen Standortinformationen automatisch unterstützt Android iOS App, WebWAP, echtzeitfreie Tracking, GPS-e-GPS und LBS-Modus-Positionierung, Positioniergenauigkeit von bis zu 5 Metern. Mini-Multifunktions-GPS-Tracker-Größe ist 47 mm x 24 mm x 18 mm SIM-Karte ist nicht enthalten. Das Gerät unterstützt nur 2G-Netzwerk. Bitte kaufen eine 2G-SIM-Karte für das GPS, bitte verwenden Sie keine AT&T-Karte. Als Empfehlung sollte eine EE-SIM-Karte verwendet werden. Falls du nicht genau weißt, welche SIM benutzt werden soll, kontaktiere das Kaufrausch-Team. Eingebauter Magnet Die Live-Tracking-Funktionen sind grenzenlos. Der Mini-GPS-Tracker hat einen starken Magneten eingebaut. Es kann auch auf Metall magnetisiert werden. Der GPS-Locator verfolgt seine Position, wie Autos, Lastwagen, Boote, Lieferwagen und Baumaschinen zur Diebstahlsicherung. Elektronischer Zaun-Geo-Fans Wenn Sie einen Geo-Zaun so einrichten, dass das Gerät die Bewegung innerhalb eines Distrikts einschränkt, sendet das Gerät eine Nachricht an die autorisierte Nummer, wenn es gegen den Bezirk verstößt. Wieder aufladbare Batterie Batterielebensdauer 2-5 Tage, abhängig von Netzabdeckung und Verwendung. Innerhalb von drei Monaten können Sie den Routenverlauf des Web-Monitor-Center-Geräts überprüfen und wiedergeben. Der Preis-Leistung-Sieger in dem GPS-Tracker-Test ist der Salin GPS-Tracker. Es handelt sich bei diesem Ortungsgerät um ein Komplet-Set. Aufgrund der bereits integrierten SIM-Karte müssen Sie für die Inbetriebnahme nichts weiter besorgen, einfach online registrieren und fertig. Der Akku hält bei einer aktiven Tracking-Dauer von ca. einem Haartag etwa 40 Tage im Standby-Modus bis zu 90 Tage. So wird lästiges Laden auf ein Minimum reduziert und Ihr Peilsender schützt zuverlässig, was Ihnen lieb ist. Der Akkustand lässt sich jederzeit online einsehen. Der Salin GPS-Tracker hat einen kraftvollen Magneten zur Befestigung integriert, ist äußerst robust gebaut und spritzwasserdicht. Als Diebstahlschutz für Autos, Oldtimer, Wohnwagen, Boote, Bagger, Container und vieles mehr ist er daher bestens geeignet. Der GPS-Tracker kann Ihnen zu den verschiedensten Gelegenheiten einen Alarm senden. So zum Beispiel einen Erschütterungsalarm, einen Alarm bei geringem Batteriestand, einen Drop-Alarm und einen Geschwindigkeitsalarm. Zu Ihren Vorteilen gehört die präzise Live-Ortung sowie ein 100-Tage-Streckenspeicher und die Möglichkeit, einen Geozaun einzustellen. Alle Alarme lassen sich ganz einfach über die Gratis-App einstellen. Der Zugang zum erforderlichen Portal kostet 4,99 Euro pro Monat bzw. 49,99 Euro pro Jahr. Falls Dir das Video gefallen hat und Du das passende Produkt gefunden hast, würden wir uns um einen Daumen hoch oder auch einem Kommentar freuen.